hallo und herzlich willkommen hier bei call of duty warzone letztes mal einmal komplett drängen irgendwie immer durch richtig pech manchmal denke ich mir auch den fighter das zu besser machen können aber manchmal denke ich mir auch einfach ja wenn du von drei seiten abgeschossen warst okay genug aufgewärmt bereithalten für den einsatz im kriegsgebiet einfach drauf lunzen ich weiß nicht für uns ist früh rauszuspringen um zum port zu gelangen sind 2000 meter einstiegspunkt für dein team du wirst Achtung das gas breitet sich aus zur sicherheitszone gehen ich habe einen heli für uns geht zu dem heli komme ich nicht mal oder dein primär ziel ist dass sie alle zu töten ich flinke ich bin Kopfgeldziel aktiv, holt es euch. Oh shit, ist denn da? Willst du mich verarschen, dass hier gar nichts ist? Oh shit. Oh shit. und ich finde nur schrot um müsste verkehrt bei euch er fährt zum krissen um Was ist das? Nein! Warum? Vor allem war das ein Scheiß-Drei-Schuss-Schum-Died, ich habe es nicht gesehen. Jetzt hätte ich meine Schrott gebraucht. Oh Gott, war die Runde schlecht. Der Kampf ist bereit. Du kannst es diesen Mistkerl jederzeit zeigen, während du wartest. Beleidige sie oder poliere ihn die Visage mit einem Gewoffenversteig. Schlecht. Da startet ein Kampf. Du bist dran, Kumpel. Mach dich bereit. Hör zu, Soldat. Wenn du hier gewinnst, geht es wieder an die Front. Aber wenn du verlierst, ist es auf. Schalte sie aus oder zieh das Ziel ein. Schalte sie aus. Schalte sie aus. Du hast alles fertig gemacht. Du hast alles fertig gemacht. Schalte sie aus. Du verlierst dann Boden. Ich lande direkt bei einem oder was? Da draußen. Zurück zur Basis für die Einsatzbewegung. Alter, was war denn das für ein Ton, ey? Das war schlecht. Ja, steuern sie fünf Minuten lang im Fahrzeug. Okay. Ich bin hier so der Typ, der mit einem Fahrzeug rumfährt. Vor allem fünf Minuten, ey. Ey, 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 ey. Ich habe mich gerade zweimal richtig dumm angestellt, ey. Ich darf nichts verhektisch stellen. Ich muss ruhiger bleiben. Ausrüstung und Waffen überprüfen. Flugzeuge werden einsatzbereit gemacht. Ja, kümmer dich nicht erst mal um den anderen Gegner, Mann. Ja, weißt du, ich habe als das Gitter im Weg und mit mir keine Ahnung. Ich kann in einer gemütlich landen. Ach, komm. Genug Training. Jetzt wird es ernst. Ah, sehr geil. Eine ganz geile Flugroute. Spannende Flusion. Spannende Flagine. Schmölle mit unseren Unterricht. Wir nehmen uns an das. Beschissende Lenker. Das Gas meiden. Schnell in die Sicherheitszone. Angriffsfreigabe für alle Ziele. Feindliches, persönliches Radar in der Luft, es verfolgt jemanden. Wo kam der denn jetzt her? Ja, der war schon da, ist klar. Wie konnte er denn schneller sein als ich? Mit dem Fahrzeug, hä? Willkommen im Gulag. Wenn du überlebst, erhältst du die Freiheit. Hm. Wir schicken dich zurück zur Basis. Vor allem, dass er eben über dem Dach schon da war. Könnte man echt so gut schnell so weit fliegen? Ich dachte, ich war mit dem Fahrzeug schon schnell. Ey, ich hätte echt weit davon sollen. Ja. 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 Wir sollten euch aufwärmen. Der Einsatz geht bald los. Okay, man muss also direkt treffen. Das waren keine Explosionspfeile. Ja. 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 Was ist das für ein komisches Piepen zwischendurch? Ja. 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 Ich weiß nicht, ob es sich da lohnt hin zu gehen. Wenn nicht werden das echt kurze Runden heute. Battle Royale. Okay Soldat, markiere einen Einstiegspunkt für dein Team. Gars nähert sich deiner Position. Begib dich in die Sicherheitszone. ok leute legen wir uns ins zeug ok das hier war eine echt dumme idee ich habe bisher noch keine waffe gefunden persönliches persönliches radar in der luft es verfolgt jemanden wauw bitte lass da keine sein direkt feindliche drohne über uns immer ein etwas ne tja ich habe das gefühl ich werde gleich weg gesniped feindliches persönliches radar in der luft es verfolgt jemanden da hat auf jeden fall einer was hingelegt feindliches persönliches radar in der luft es verfolgt jemanden das ist schon wieder so die form weiter drei schuss das ist schon wieder scheiße ja ich finde ich nur feindliche drohne über uns hat er gehofft ich finde irgendwie den weg hoch ja 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 Ich rücke vor. Ich bin der Pilot. Scheiße sind da viele in den Häusern gewesen. Ich rücke den Häusern. Ich fahre. Da oben ist jemand. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Das was kenne ich lieber nicht. Okay, jetzt für die EP nochmal eine gute. Ich werde diesmal eine gute Platzierung hinkriegen und nicht. Hätte ich gerade Heinz hacken. Ist nur die Frage. Hätten wir weiter hier hochfahren müssen. Also hier waren jetzt eben Gegner. Kommt hier nicht runter. Ich kann nur nicht glaube ich den Berg hoch, weil ich nicht weiß ob da irgendein Gegner ist. Fährt einer. Feindliches, persönliches Radar in der Luft. Es verfolgt jemanden. Es verfolgt jemanden. Es wird einfach getrennt. Ich will. Ich bin wie ich da. Ich habe es nicht verfolgt. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Du erhältst eine Ausrüstung. Ja, die Drohne kann ich mir nicht mehr leisten. Ich brauche schon mal ein bisschen Zipernrohr. Ach, wie viele hier eben vorbeigefahren sind ey, ach du Heiland. Beziehungsweise der eine ist ja zurückgekommen. Sind die alle hier hin? Oh, die sind alle da zum Gebäude. Ich hoffe, die betteln sich hart. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte noch wen raus, also noch mal wen holen können. Das Gas breitet sich aus. Die Sicherheitszone wird verlegt. Danach wird es glaube ich kritisch. Wie gesagt, wegen den letzten Bus, den wir haben hier nochmal ordentlich. Und ich muss mir nochmal eins fertig machen, abgesehen von dem hier, wo ich dann wirklich meine Waffen besser level. Ah, die Drohne aktiviere ich glaube ich auch, wenn dann die Zone weitergeht. Da war eben sogar hinten irgendwer. Da. Der ballert. Auch was? Du Fahrzeug. Das Gas breitet sich aus. Das war's. Woher wusste er, dass ich genau da stehe? Woher wusste er es genau? War nicht schon wieder diese Waffe. Das muss weh getan haben. Bereit machen zum erneuten Einsatz. Ich hab ihn nicht gesehen. Natürlich ist da hinten noch irgendeiner in der Ecke. Ärgerlich. Boah, immer noch nicht die nächste Stufe freigeschaltet, ey. Zum Battle Pass voranzukommen ist ganz schön schwierig. Aber das war's von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Video. Bis dann. Warte rein.